Leute, der neue Spieltag für die Bundesliga-Saison ist draußen. Ja geil, wo noch mal Zeit und gegen wen spielen wir? Ähm, gegen Bremen. Ah, ja gut, easy win, aber gegen wen ist noch kein easy win für uns. Und gegen wen dürfen wir am ersten Spieltag? Mein Bruderherz, wir beide öffnen die Saison zusammen. Echt? Okay, das ist ein sehr, sehr geiler erster Spieltag. Hey Dortmund, und gegen wen spielen wir? Weiß ich nicht. Ist mir auch vollkommen egal. Und gegen wen muss euer Verein am ersten Spieltag ran? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. in die Kommentare. Und das ist auch, wenn ich hier eine Information habe. Ich möchte euch die Kommentare.